Schönen guten Morgen Richard. Guten Morgen Markus. Wo erreiche ich dich? In Lichtenstein. Du bist in Lichtenstein? Am meisten immer im Diminutiv gesehene Land in Europa, glaube ich. Stärker noch als der Vatikan oder Monaco. Ich erinnere mich so an Instaburg und Co. Wanderer kommst du nach Lichtenstein, tritt nicht daneben, tritt mitten rein. Also das ist sozusagen der böse Humor über kleine Länder. Aber ich muss sagen, ich hatte gestern einen wunderbaren Abend hier. Ich habe auch den Fürsten kennengelernt und über Bildung gesprochen. Und sehr interessiertes, sehr gutes Publikum. Und es gibt ja eine ganz tolle Schule, die ganz, ganz viel sehr gut macht, was in Deutschland meistens nicht so gut gemacht wird. Also ich kann nur gut über Lichtenstein reden. Also hat Spaß gemacht, ja? Ja, ja, war schön. Und wovon lebt Lichtenstein? Also um jetzt mal gleich die ganz böse Frage zu stellen. Was machen die da so? Das habe ich dort niemanden gefragt. Aber ich glaube, es sind sicherlich einige in der Finanzwirtschaft und viele in der Verwaltung aktiv. Also ich glaube, Lichtenstein ist vielfüßiger aufgestellt, als man so denkt. Weißt du, als Südtiroler hat man immer so eine Sympathie für kleine, feine Länder. Es gibt auch einen Charme kleiner Länder, weil man natürlich in kleinen Ländern ganz viel sehr schnell und gut machen kann, was man in so großen und immer unbeweglicheren Ländern wie Deutschland eben nicht hinkriegt. Ja, sag mal, also weiter weg, also nur gefühlt jetzt, ja, so geografisch. Du bist ja an einem Ort, an dem die Welt noch so ein bisschen in Ordnung ist. Ja, aber ich bin ja nicht hingezogen. Ich bin hier auf jeden Tag. Ich weiß, aber es ist schön, mal eine kleine Auszeit zu nehmen. Ich habe ja so eine Woche hinter mir, die es wirklich in sich hatte. Und man sitzt so da und denkt, was soll denn eigentlich noch alles kommen? Wie soll es denn eigentlich noch weitergehen? Das waren verheerende Tage, finde ich, für dieses Land. Und es passieren gerade so viele Dinge, die sich auf den ersten Blick auch so gar nicht erschließen. Man hat aber das Gefühl, die ganze große Entwicklung, Stichwort Ukraine, Stichwort Deutschland, Stichwort Frankreich, Stichwort England, das führt alles gerade in eine große Sackgasse. Und du kannst diese ganze Ratlosigkeit irgendwie mit Händen greifen und währenddessen kriegst du mit, dass da im Osten der Ukraine diese Front immer löchriger wird und alles immer mühsamer wird. Und man fragt sich, was passiert denn da, wenn wir diese Einigkeit, die wir am Anfang dieses Krieges ja, finde ich, sehr konsistent demonstriert haben, was passiert, wenn das bröckelt? Dann kommt noch dieser Lauschangriff. Plötzlich nimmt diese russische Propaganda genau dieses Ding, diese 38 Minuten, glaube ich, sind es. Vier hochrangige deutsche Militärs unterhalten sich über Szenarien. Das wird dann gelegt genau in dem Moment, in dem man das Gefühl hat, jetzt müssten wir eigentlich mal von der Beerdigung von Nawalny ein bisschen ablenken und eigentlich auch einen riesengroßen Stinkefinger Richtung Westen und insbesondere Richtung Deutschland schicken. Und das einzige Gefühl, das man am Ende solcher Tage hat, ist, im Kreml werden gerade im großen Stil Champagnerflaschen aufgemacht oder möglicherweise, weil es besser passt, auch Krimsekt. Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich schon so weit ist mit Champagnerflaschen, aber was läuft für die gerade, läuft für die richtig. Es läuft, es läuft. Ich meine, wir dürfen uns nichts vormachen, als der Krieg begann, im 24. Februar vor zwei Jahren, war ja zunächst die Vermutung, die Ukraine würde sich nur sehr, sehr kurz wehren können. Ich habe das ja auch geglaubt, weil viele Generäle das damals gesagt haben. Es war so die Stunde der Ex-Generäle, die in den Talkshows waren und eben erzählten, dass die Ukraine nicht langfristig verteidigungsfähig ist. Jetzt ist schon das halbe Wunder passiert, dass sie sich zwei Jahre lang hat verteidigen können. Wir haben ja auch beide miteinander darüber geredet, auch in deiner Sendung. Es ist einfach ausgesprochen unwahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt gewesen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und so sieht es im Augenblick eben auch nicht aus, dass das passiert. Das heißt, jetzt tritt also mit zeitlicher Verzögerung möglicherweise das ein, was man immer befürchtet hat, dass Russland diesen Krieg gewinnt. Allerdings wird das auch nicht alles wahnsinnig schnell gehen. Und was ich interessant finde, ist, das Wall Street Journal hat ja jetzt den Friedensvertrag vom 15. April veröffentlicht. Also jener Friedensvertrag, von dem ja viele gesagt haben, den gab es gar nicht oder der immer wieder bestritten worden ist. Aber tatsächlich gab es wohl wirklich einen Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine schon am 15. April. Wenn man überlege, 24. Februar hat der Krieg begonnen, also relativ ganz am Anfang gegeben. Und das, worauf die Länder sich damals geeinigt haben, war ein dauerhaft neutraler Staat Ukraine. Die Russen haben da sogar zugestanden, dass man möglicherweise in die EU rein darf, aber eben auf gar keinen Fall in die NATO. Und zum damaligen Zeitpunkt wäre also ein Friedensvertrag möglich gewesen, bei dem die Ukraine, wie soll man das sagen, nochmal ebenso mit hätte leben können. Und heute sind wir zwei Jahre später von einem solchen Friedensvertrag meilenweit entfernt. Und man denkt sich, warum ist der damals, warum ist es damals nicht dazu gekommen? Weil es wäre wahrscheinlich das kleinere Übel gewesen, im Vergleich zu dem, worauf das jetzt hier langfristig hinausläuft. Das ist total interessant, dass du das Thema jetzt aufmachst. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Hast du dich mal mit diesem Papier beschäftigt? Also es ist ein 15-seitiges Papier. Das Wall Street Journal hat es in Auszügen veröffentlicht. Genau. Was übrigens wahnsinnig interessant an dem Papier ist, dass ja dann die Frage war, wer garantiert diesen dauerhaft neutralen Staat? Wer sind also die Mächte, die da quasi als Garanten eingesetzt werden, die in Zukunft die Ukraine schützen sollen? Und interessanterweise ist Frankreich dabei, was ja vielleicht eine schöne Überleitung ist zur Rolle Frankreichs in diesem Ukraine-Krieg. Deutschland ist natürlich nicht mehr dabei, weil Deutschland weder von der Ukraine noch von Russland als eigenständig handelndes Land wahrgenommen wird. Ja, also nicht als eigenständiger Akteur. China ist dabei, ja, als diese Garantie. Nichts, Türkei ist dabei, aber Deutschland eben nicht, sondern Frankreich. Und du würdest sagen, irgendwie, das ist sozusagen der Beleg dafür, dass es A, diese Möglichkeit gab und im Grunde ist es diplomatisches Versagen, dass das nicht funktioniert hat? Nein, es ist nicht einfach diplomatisches Versagen. Ich habe dieses Papier komplett anders gelesen. Du meinst, dass dieser Friedensvertrag, wenn ich dich jetzt richtig höre, vom 15. April das Schlimmste vom Schlimmen gewesen wäre? Nein, also nein, so will ich das gar nicht ausdrücken. Ich will aber nur sagen, also für mich war, als ich das gelesen habe, ich kenne das, was du auch kennst. Nur meine Interpretation ist eine völlig andere. Für mich war, als ich das gelesen habe in den Eckdaten, dachte ich, okay, abgesehen von Butcher und allem, was danach kam, ja, wenn so ein Kriegsverbrechen passiert, auch Irpin und so weiter, kannst du auch politisch als jemand wie Zelensky nicht mehr wirklich verkaufen, dass du mit diesen Leuten jetzt sofort Frieden schließen willst, das überlebst du politisch überhaupt nicht. Abgesehen davon aber, wenn man dieses Papier, so interpretiere ich das, liest, dann würde ich sagen, da zeigt das, Putin hat keinen Frieden im Sinn, sondern Putin hat die ultimative Unterwerfung der Ukraine im Sinn. Naja, die Ukraine bleibt ja in dem Friedensvertrag als souveräner Staat bestehen. Naja, wie souverän ist das? Es ist ja kein reiner Unterwerfungsvertrag gewesen. Naja. Und nach zwei Jahren Krieg, und das ist eben das Wichtige, weißt du, Markus, das Leben ist eine Frage der Alternativen. Das Beste wäre gewesen, diesen Krieg würde es gar nicht geben, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber wenn wir vergleichen auf das, worauf es dann am Ende vielleicht in der Realität jetzt hinausläuft, wäre das wahrscheinlich wirklich besser gewesen. Ich sehe das wirklich komplett anders, Richard, komplett anders. Das ist ein Diktatfrieden. Russland wollte der Ukraine die Zukunft im Grunde bis auf den letzten Panzer hin diktieren, ohne irgendwelche Zugeständnisse, sondern wollten denen sagen, pass auf, ihr müsst erstmal sämtliche westliche Waffen an die Ursprungsländer zurückgeben, was ich schwierig finde. Ja, ihr dürft relativ wenig Panzer behalten. Ihr kriegt eine militärische Obergrenze von, was waren das, glaube ich, 85.000 Soldaten. Es wäre aus der Ukraine ein halb entmilitarisiertes Land geworden, weil diese Soldaten hätten natürlich zur Landesverteidigung nicht ausgereicht. Dafür aber sollten die Garantiemächte, mit denen man dann zusammenarbeitet, eben für den Schutz auch der Ukraine sorgen. Also Russland geht es ja nicht um Land. Ich glaube, das ist ein Punkt, wir sind uns ja in vielem uneinig. Aber wir können uns einig sein, es geht nicht um Land in der Ukraine, sondern es geht den Russen um eine Pufferzone. Im Norden haben sie die Pufferzone Weißrussland. Wenn die Russen Weißrussland hätten haben wollen, das würde wirklich ganz, ganz schnell gehen. Lukaschenko ist eine Marionette von Putins Gnaden. Man will aber nicht Weißrussland in Russland einverleiben, sondern man braucht diese Pufferzone gegenüber dem Westen. Und genau so bräuchte man die Pufferzone auch weiter unten in der Ukraine. Und deswegen ist das Entscheidende daran, dass man sich das Land eben nicht einverleiben will, sondern dass man dort eine möglichst neutrale Pufferzone schafft. Und das sieht dieser Vertrag vor. Ich habe nochmal ganz kurz die Eckdaten. Also die russische Forderung in diesem Vertrag ist wie folgt. Die Ukraine muss sämtliche westliche Waffen an die Ursprungsländer zurückgeben. Dann reduzierst du die eigene Armee auf genau 85.000 Soldaten. Zur Erinnerung, vor dem Überfall hatte die ukrainische Armee eine Zahl von 250.000 Soldaten. Ein Drittel nur noch von dem, was du mal hattest im Grunde. 342 Panzer und 519 Artilleriegeschütze aus sowjetischer Produktion. Das hätten sie behalten dürfen. Zudem hätte die Ukraine hunderte Raketen verschrotten müssen. Und zwar all jene, die mehr als 40 Kilometer Reichweite haben. Das heißt, in Kiew muss doch klar gewesen sein, in einem solchen Punkt, mit einer solchen Mini-Armee, kannst du dich für den Fall, dass es nochmal zu einem russischen Überfall kommt, kannst du dich nicht mal ansatzweise wehren. Genau, das ist die schlechte Seite des Diels. Ja, es ist noch eine schlechte Seite und das ist die schlechteste, finde ich, von allen Dingen. Moskau verlangt, dass für die Einhaltung einer Waffenruhe als Garantiemacht nicht nur die USA und Großbritannien, China, Frankreich irgendwie wirken sollen, sondern vor allen Dingen eine Garantiemacht, nämlich Russland selbst. Das ist an Absurdität nicht zu überblicken. Das ist insofern nicht absurd, weil Russland das ja nicht alleine macht, sondern dass es sozusagen einen Verbund gibt, der darüber wacht. Also, dass die Russen da selber mit am Tisch sitzen wollen, ist ja insofern klar, weil wenn jetzt nur Westmächte da sitzen würden, die ja ein Interesse daran haben, dass die Ukraine auf ihre Seite gehört und eben kein neutraler Staat ist, kannst du den Frieden nicht garantieren, sondern du machst ein neues Konsortium, in dem sich die Russen mit den Westmächten quasi auf die Neutralität der Ukraine verständigen. Du kannst das gerne so interpretieren und kannst sagen, das ist die Einladung zum nächsten Krieg. Oder man kann sagen, es ist der Versuch, die Lage dauerhaft zu entschärfen. Und weder du noch ich können wirklich beweisen, ob das eine oder das andere am Ende zugetroffen hätte. Beweisen kann ich das nicht, aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, und da würde ich gerne mal an dem Punkt jemanden wie Florence Gaupp zitieren, die immer sagt, viele, viele Kriege, die wir heute sehen, sind das Ergebnis von schlampig gelösten Konflikten. Und wenn du dir zum Beispiel, das ist die ganz große Schwäche auch in diesem Papier, der Status dieser sogenannten Volksrepubliken da im Osten, und auch der anderen Gebiete, also Cherson, Charkiv, dann Saborischia, die ganzen Ecken der Mikolaiv, da wo wir damals auch waren und so weiter. Alles völlig unklar, was passiert mit denen. Im Grunde ist die Idee, das Schicksal von Donbass und anderen Orten, über die wir gerade gesprochen haben, das wird sozusagen so eine Angelegenheit von persönlicher Vereinbarung von zwei Präsidenten. Autonomie Gebiete innerhalb der Ukraine, das ist der Gedanke dahinter gewesen. Es ging ja darum, dass die Gebiete nicht Russland einverleibt werden, das ist das, was die Ukraine kriegt, und auf der anderen Seite insofern kulturelle Autonomie, als dass man da weiter Russisch in den Schulen lernt und die Leute da weiter Russisch sprechen können und sich russische Minderheiten nicht unterdrückt fühlen und so weiter. Das ist 1A-Kreml-Propaganda. Das erzählen die den armen Teufeln, die dort kämpfen aus Muratien und woher sie alle kommen, auch immer. Da gibt es arme Russen, die sind unterdrückt und die müssen ihre Sprache sprechen dürfen und so weiter. Es ist doch genau umgekehrt. Da ist man reingegangen über lange, lange Zeit und hat da systematisch immer weiter die Lunte gelegt. Und den Beleg dafür siehst du allein daran, die Ukraine war ein Land, in dem beide Sprachen gleichermaßen nebeneinander standen, russisch und ukrainisch, und niemand hatte ein Problem damit. Ich habe viel vor Ort mit Leuten gesprochen, die mir sagen, das war das, was sozusagen direkt zum Maidan geführt hat. Genau das, die Ukrainer hatten irgendwann das Gefühl, die versuchen uns einfach so langsam zu übernehmen. Und plötzlich erwachte sozusagen dieses Gefühl, warte mal, was ist denn dann eigentlich mit unserer eigenen Kultur? Was ist mit unserer eigenen Sprache? Was ist mit unserem eigenen Leben? Ich habe dir schon mal gesagt, wenn du in der Ukraine unterwegs bist, bist du erstaunt darüber, wie sehr dieses Land, speziell unter jungen Leuten, westlich ausgerichtet ist. Es ist ganz simpel. Die wollen einfach so leben wie wir. Und vor allen Dingen wollen sie sich nicht vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben, sondern sie möchten ihre freie Entscheidung treffen. Und diese russische Propaganda wurde irgendwann so massiv, dass man anfing, sich dagegen zu wehren. Und ich kann als Vertreter eines sehr kleinen Landes, dass in seiner sehr leidvollen Geschichte, gerade auch was dieses Thema angeht, kann ich dir nur sagen, ich fühle da so sehr mit. Und wann immer irgendwelche Despoten versuchen, ein anderes Volk zu unterwerfen, machen sie es genau so. Das Erste, was du kaperst, ist die Sprache. Du gehst hin und verbietest den Leuten ihre Sprache. Du machst da was und dort was und du drückst sie hier und du drückst sie da. Ich habe es auch in Moldau gesehen. Denen ist auch kein Zufall, dass es in Transnistrien jetzt wieder losgeht. Ich meine, diese Lehrerin, mit der wir da damals gesprochen haben, kurz vor der Grenze zu Transnistrien, die erzählte, warum Kinder aus Transnistrien rüberkommen nach Moldau, die einen russischen Hintergrund haben, die aber sagen, pass auf, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht auf diese Art und Weise in Tiraspol und wie die anderen Städte da in diesem schmalen Landstreifen heißen, wir wollen nicht gesagt bekommen, wie wir gefälligst zu leben haben, sondern wir wollen offen sein. Der große Traum war, ich habe die gefragt, diese Schüler, was ist euer großer Traum? Der große Traum war Amerika. Die wollten westlich leben, frei sein, wollten einfach ihr eigenes kleines Leben gestalten, so wie wir alle das wollen. Und das ist das dominante Lebensgefühl in der Ukraine. Deswegen bin ich auch so tief davon überzeugt, dass wir, und da kommen wir jetzt zum politischen Versagen, sozusagen auf unserer Seite, nach meinem Dafürhalten, das ist immer nur meine kleine Meinung, aber wir müssen den Leuten schon mal erklären, wenn wir sagen, pass auf, wir sind jetzt die große Friedensnation. Wir werden nicht diesen Krieg in irgendeiner Form nach Russland reintragen. Wir sorgen dafür, dass das alles nicht weiter eskaliert. Dann müssen wir bitte den Leuten aber auch den anderen Teil der Wahrheit erzählen und sagen, pass auf, wenn es den Russen gelingt, demnächst einen großen Durchbruch zu schaffen, dann ist eines der Szenarien, in dem sie zwei Drittel des ukrainischen Territoriums wieder kontrollieren. Dann werden sich Millionen von Ukrainer, das ist meine tiefste Überzeugung, auf den Weg machen. Und die werden vor unserer Tür stehen. Und dann werden wir darüber reden und verhandeln müssen, wie wir damit umgehen. Also dieser Gedanke, dass sich die Ukrainer auf den Weg machen und zu uns kommen, der stellt sich für mich bei jedem Friedensszenario. Es sind ja jetzt in allererster Linie sehr viele Frauen, etwas deutlich weniger Männer da. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn zum Beispiel die Ukraine wirklich Mitglied der Europäischen Union werden würde, was ich persönlich nicht für wahrscheinlich halte, aber mal gesetzt den Fall, das wäre so, dann werden Millionen und Abermillionen von Männern und noch viele andere Ukrainer selbstverständlich sich auf die Socken machen, da wo es einen besser funktionierenden Staat, wo es mehr Wohlstand und so weiter gibt. Das heißt also, die Migrationsbewegung dürfte noch sehr viel größer werden, gerade wenn es Frieden gibt. Und die Männer aus dem Land raus dürfen und die Familien wieder zusammengeführt werden und zwar völlig egal, was für einen Friedensvertrag es am Ende geben wird. Davon würde ich sowieso ausgehen. Weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, wenn eins doch die Botschaft aus diesem Ganzen ist und deswegen nochmal kurz zu diesem vergifteten Friedensangebot. Eine Botschaft haben doch und eine Lektion haben doch die Ukrainer wirklich ganz bitter, bitter lernen müssen. Die Ukrainer haben in den 90er Jahren ihre Atomwaffen abgegeben und Russland hat gesagt, dafür respektieren wir im Gegenzug eure territoriale Souveränität. Und sie haben sich nicht daran gehalten. Und die bittere Lehre ist, wenn du Atomwaffen hast, dann sei so schlau und gib sie bitte nicht ab und wenn du keine hast, dann siehst du, wenn sie die Atomwaffen nicht abgegeben hätten, hätte es keine Ukraine gegeben, Markus. Das ist so eine Hätte-Hätte-Fahrrad-Kette-Diskussion, die macht überhaupt gar keinen Sinn. Nein, mir geht es darum, was ist sozusagen das große Learning daraus? Und das ist ja einer der Gründe, warum jetzt auch alle möglichen Länder, von denen wir nicht wollen, ich habe dieser Tage gelesen, der Iran ist zwei Wochen vor der eigenen Waffe. Warum machen die das? Warum macht Nordkorea das? Warum versuchen sich andere nuklear zu bewaffnen? Und das ist schlimm, dass das alles passiert. Aber warum machen sie das? Weil sie genau wissen, das hat eine abschreckende Wirkung. Das ist der Grund. Das heißt, du gehst davon aus, dass wenn der Krieg zu Ende ist, die Ukraine ein Rieseninteresse daran haben wird, Atomwaffen zu haben. Sie wird die Ukraine selber nicht, aber die Ukraine wird alles dafür tun. Ich habe dieser Tage ein Interview mit Kaya Kallas, mit der istnischen Regierungschefin, wieder gelesen. Die sagte, was sind wir froh darüber, dass es die NATO gibt, weil uns das einfach schützt. Und deswegen ist ja auch das, was jemand wie Trump macht, so katastrophal, weil das ja vor allen Dingen eine Idee ist. Die Idee ist, wer Estland angreift, greift sozusagen Amerika an. Das ist der Bündnisfall. Das ist die Idee. Wenn du das aber nicht mehr glaubwürdig unterfüttern kannst, wenn das plötzlich in Frage steht, dann hast du natürlich ein Problem. Und dann haben wir alle ein Problem. Und ich würde mal sagen, in diesen letzten Tagen ist etwas passiert, was sozusagen in seiner ganzen Dimension, glaube ich, erst so langsam, zumindest in meinem kleinen Hirn, klar wird. Und man hat ja gesehen, wie massiv die Russen Einfluss genommen haben auf die Wahlen in den USA. Es waren russische Hacker, die im entscheidenden Moment dafür gesorgt haben, dass diese E-Mails von Hillary Clinton geleakt worden sind. Und die dann James Comey, den damaligen FBI-Chef, war damals auch bei mir in der Sendung, in diesen tiefen Gewissenskonflikt gestürzt haben, weil er sich natürlich vor der Frage sah, okay, nehmen wir jetzt nochmal Ermittlungen auf oder lassen wir es bleiben? Wenn ich es nicht tue, stehe ich unter dem Verdacht, sozusagen Partei zu ergreifen für Hillary Clinton. Und dann muss ich mir das vorwerfen lassen. Wenn ich meine eigene Profession, wenn ich die Unabhängigkeit der Justiz wirklich ernst nehme, dann muss ich das jetzt tun. Gleichzeitig weiß ich aber, wenn ich es tue, dann betreibe ich das Geschäft von Donald Trump. Er hat sich damals dafür entschieden, es zu tun, hat diese Ermittlungen aufgenommen, ganz kurz vor der Wahl. Und es gibt viele, die in der Nachbetrachtung sagen, das war der entscheidende Moment, in dem Hillary Clinton sozusagen die Wahl verloren hat und dann passierte, was passierte. Donald Trump wurde Präsident. Und der feuchte Traum im Kreml ist, Europa und die USA zu spalten. Und das hat verdammt gut funktioniert. Deswegen habe ich gerade mal so ausgeholt. Aber jetzt ist etwas wahr geworden, was noch viel, viel besser ist. Jetzt hast du plötzlich Europa gespalten. Jetzt hast du plötzlich die Deutschen gegen die Franzosen in Position gebracht. Und wer hat das gemacht? Katastrophe? Die Russen? Naja, du leagst dieses Ding, diesen großen Lauschangriff und nutzt es und sagst, okay, pass mal auf, die Deutschen haben nichts weniger vor, als Kriegspartei zu werden. Und dann hast du gleichzeitig jemanden wie Macron, der sagt, na warte mal, wir müssen uns schon alle strategischen Optionen offen halten. Und deswegen redet er dann öffentlich darüber und sagt, naja, also Notfall schicken wir auch Bodentruppen in die Ukraine. Jetzt verstehe ich nicht so ganz, inwiefern das jetzt ein Keil zwischen Frankreich und Deutschland. Also Macron, ich gebe dir meine Einschätzung dazu, es ist ein offenes Geheimnis, dass die Franzosen viel geredet haben im Zuge der letzten zwei Jahre, was den Ukraine-Krieg anbelangt und fast nichts geliefert haben. Und dann stellt sich der französische Präsident hin und nimmt große, große gefährliche Worte in den Mund, wie Bodentruppen. Also ein weiterer Schritt auf den Weg zum Dritten Weltkrieg. Und letztlich macht er ja nichts anderes, als zu kaschieren, dass Frankreich die Ukraine so gut wie gar nicht unterstützt. Im Gegensatz zu Deutschland, der hat das also mit einem Riesenabstand sehr, sehr viel stärker die Ukraine unterstützt. Mittlerweile sogar sehr viel stärker als alle anderen Länder. Und die Gefahr, die ich tatsächlich sehe, ist, dass zwar die Franzosen rhetorisch Krieg führen, aber dass sie tatsächlich faktisch sich eben an den Waffenlieferungen nicht beteiligen. Und bei vielen anderen europäischen Ländern, die am Anfang Waffen geliefert haben. Ich meine, was ist denn da passiert? Da haben ja ganz viele ihre Depots aufgemacht und haben mal geguckt, was brauchen wir denn nicht mehr? Ja, da ist ja zum Teil auch absurder Mist geliefert worden. Die Ukraine haben sich ja häufig genug beschwert darüber, was da alles an schrottreifem Material geschickt wurde. So nach dem Motto, jetzt haben wir unseren Beitrag dazu geleistet. Und es läuft mehr und mehr darauf hinaus, dass am Ende eigentlich nur noch Deutschland da ist, die die Ukraine unterstützt. Und in so einer Situation ist es natürlich nicht ungefährlich, wenn die Russen ein Gespräch hochrangiger deutscher Offiziere abhören, indem diese hochrangigen Offiziere ein Gedankenspiel machen, wie wäre es, wenn der Kanzler doch Taurus-Raketen liefern möchte und sich dann die Frage stellen, was kann man denn damit machen? Und wozu müssen die sozusagen jetzt mal Pistorius briefen? Was können wir alles mit dem Taurus machen? Und was wäre denn da sinnvoll? Und dann wird sich überlegt, wie man Munitionsdepots in die Luft jagt und wie man die Brücke auf die Krim in die Luft jagt. Das sind die Szenarien, über die da geredet wird. Ich habe das so verstanden, du darfst mich gerne korrigieren, als ob diese Munitionsdepots auf russischem Territorium liegen. Dann wäre es ein Gedankenspiel, in dem die Bundeswehr, eine Verteidigungsarmee, einen Angriff auf russisches Territorium plant und sich dann überlegt, und darüber wird sehr lange geredet, wie man das so kaschieren kann, dass das nicht groß auffällt und dass man sich überlegt, ob man den Taurus-Raketen am Anfang zumindest so einsetzen kann, dass die Briten einem dabei helfen und dabei natürlich en passant noch ausgeplaudert hat, dass die Formulierung in dem Audio ist, die Briten haben Leute vor Ort. In Minute 21 ist von der Präsenz der amerikanischen Militärberater und Militärstrategen die Rede. Das heißt also, in dem Moment würden wir tatsächlich diese ganz ominöse rote Linie überschreiten. Die Bundeswehr würde direkt russisches Territorium angreifen und das kaschieren. Und das ist natürlich alles Gott sei Dank nur ein Gedankenspiel, aber natürlich ein wahnsinnig gefährliches Gedankenspiel. Ja, ich sehe das nochmal ein bisschen anders, weil ich immer sagen würde, es wurde ja auch klar und da würde ich dann auch immer sagen, da siehst du auch die Qualität dieser deutschen Bundeswehr, das Verantwortungsbewusstsein. Erstmal ist es der Job vom Militärs, sich Gedanken zu machen. Ja, Verteidigungsszenarien ist der Job. Ja, genau. Aber nicht andere Szenarien gegen andere Länder. Naja, gut, jetzt verlieren wir uns sozusagen in der Semantik, aber es geht da schlicht und ergreifend um die Frage, ist diese Front in irgendeiner Form zu halten? Also wie können wir die Ukraine so unterstützen, dass sie als Land schlicht und ergreifend nicht verschwindet? Und das dient durchaus auch unserer eigenen Verteidigung. Ja, also insofern ist dieses vermeintliche Angriffsszenario auch ein Verteidigungsszenario, wenn du so willst. Ja, aber das kann man immer so sagen. Markus, es ist der Punkt, es ist russisches Territorium. Das macht einen Unterschied. Und es sind nicht Ukrainer, die russisches Territorium angreifen, sondern, also wenn ich jetzt Panzer liefere, ja, und da steigen dann Trainierte, so ist das ja, ukrainische Soldaten ein und kämpfen dann. Und egal, was auch immer die machen, ist alles okay, dann sind wir aus der Nummer raus. Wenn es sich aber hier um Systeme handelt, die von Deutschen programmiert werden müssen oder im Zweifelsfall eben von Briten, dann werden es in beiden Fällen sozusagen die direkte, die sich auch noch in der Ukraine befinden, sozusagen das direkte Eingreifen von Großbritannien oder von Deutschland in den Krieg, gerechnet auf Ziele, die in Russland sind. Naja, es bestreitet ja inzwischen keiner mehr. Die Formulierung, die Briten haben Leute vor Ort, fällt in Minute 11. Wie gesagt, in Minute 21 ist von der Präsenz der USA die Rede. Und heute legen sich alle auf, Olaf Scholz hätte da militärische Geheimnisse ausgeplaudert. Das ist ja alles in diesem Audio drin. Also, der entscheidende Punkt ist, stimmt die häufig vorgetragene Behauptung, dass Bundeswehrsoldaten nötig sind, um diesen Taurus zu programmieren? Das ist doch die entscheidende Frage. Das ist nicht die entscheidende Frage, weil der Punkt ist, der wird ganz klar gesagt, vorerst, ja, also für kleinere Aktionen, würde das ausreichen, wenn die Briten das machen. Es wird aber auch davon geredet, dass für größere Aktionen das nicht mehr gehen würde. Es wird ja auch darüber geredet, wie sehr die Ukrainer lärmfähig waren. Übrigens ist das egal, ob Deutsche oder Briten das machen. Beides sind NATO-Mitglieder. Ja, ist schon klar. Der Punkt, der sozusagen, der dadurch ausgelöst wird, ist vollkommen egal, ob jetzt Deutsche in der Ukraine vor Ort sind oder Briten. Für mich ist tatsächlich die politische Brisanz eine ganz andere. Wir haben einen deutschen Kanzler, der insinuiert, wenn wir Taurus liefern, dann bedeutet das Beteiligung der Bundeswehr. Und an keinem Ort, egal ob in Deutschland oder auch in der Ukraine, darf das stattfinden und passieren. Und sagt dann, ich verspreche Ihnen in einer sehr dramatischen Videobotschaft, mit mir keine Kriegsbeteiligung Deutschlands in der Ukraine. Ich bin der Kanzler, ich garantiere Ihnen das. Das heißt, da inszeniert sich jetzt jemand plötzlich als Friedenskanzler. Da hat jemand eine riesige Sorge dafür, dass am Ende wir alleine im Krieg mit Russland dastehen. Weil die Amerikaner fallen mehr oder weniger aus. Gegenwärtig sind sie blockiert. Im Herbst kommt möglicherweise Donald Trump dran. Die anderen Europäer reden viel, aber tun sehr wenig. Und das schlimmste Szenario wäre, dass wir am Ende einen Krieg Deutschland-Russland haben. Und der Kanzler übernimmt die Verantwortung, zum frühestmöglichen, klarsten Zeitpunkt deutlich zu machen, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und das ist gut und das ist richtig. Einspruch, Richard. Also der Kanzler stellt sich hin und dementiert etwas, was nie jemand gefordert hat. Das ist ein ganz alter Trick aus der Polit-PR-Trickkiste. Nee, das ist nicht gefordert. Das passiert nach diesem Prinzip, wir haben schon mal in einem anderen Kontext darüber geredet, der Shifting Baselines. Das ist ein wunderbares Beispiel für Shifting Baselines, also für die allmähliche Verschiebung von Grenzlinien. Am Anfang keine Waffen in Kriegsgebiete. Dann haben wir gesagt, naja, aber hier und Krieg in Europa und Angriffskrieg Russlands und so weiter. Ja, also wir liefern nicht doch nur Helme, wir liefern auch ein bisschen mehr. Dann haben wir gesagt, ja, wir liefern aber nur Verteidigungswaffen. Dann ging es um die Frage, liefern wir Leopardpanzer? Den kann man natürlich auch durchaus als Angriffswaffe sehen. Das ist keine reine Verteidigungswaffe. Dann wurde darüber diskutiert. Jetzt reden wir über das Taurus-System. Und das Taurus-System, und das ist der ganz, ganz große Unterschied, der eigentliche militärische Sinn dieses Systems besteht darin, Ziele in Russland anzugreifen. Denn es ist doch interessant, es wird zwar auch bei dir in der Sendung immer wieder behauptet, ja, man kann das so frisieren, dass der nur eine kleine Reichweite hat. Nicht frisieren, Richard. Ja, aber das Ganze, das Ganze, worüber die hochrangigen Offiziere reden, geht einzig und allein um Ziele, die man mit großer Reichweite erreicht. Weil das ist ja gerade die Stärke des Taurus. Das ist ja gerade der Grund, warum die Ukrainer es ja haben wollen, weil man damit Ziele in Russland trifft. Es ist völlig unsinnig, den Taurus so zu liefern, dass man damit keine Ziele in Russland trifft. Dann braucht die Ukraine wieder. Wie würdest du denn Ziele in Russland definieren, Richard? Abgesehen davon, und das ist noch ein wichtiger Satz, Markus, der ist mir noch sehr wichtig. In Minute 23 sagt einer der beteiligten Offiziere, naja, das wird den Krieg nicht ändern. Also die überlegen sich, einen Angriff auf die Krimbrücke zu machen. Da wird dann lange darüber diskutiert, wie groß ist der Aufwand, den man dafür braucht, welchen Pfeiler muss man treffen und so weiter. Und dann heißt es, das wird den Krieg nicht ändern. Warum wollen wir eine Technologie liefern, die diese enorme Gefahr der indirekten Beteiligung der Bundeswehr an Waffeneinsätzen gegen Russland auf russisches Territorium beinhaltet, wenn es ohnehin den Krieg nicht ändert? Also was heißt, sich auf die Art und Weise dermaßen in Gefahr zu begeben, wenn es nachher sowieso militärisch gar nicht so wichtig ist? Wie definierst du denn eigentlich russisches Territorium? Naja, es ist ja von Munitionsdepots die Rede, die, soweit ich das verstanden habe, auf russischem Gebiet liegen. Ja, richtig. Ist aber völkerrechtlich völlig gedeckt, völlig in Ordnung. Was? Macht Russland auch Munitionsdepots beispielsweise anzugreifen. Ist völkerrechtlich völlig in Ordnung. In Deutschland? Es ist auch keine sogenannte indirekte Kriegsbeteiligung. Markus, Russland sprengt doch keine Munitionsdepots in Deutschland. Russland sprengt Munitionsdepots in der Ukraine. Die Ukraine und Russland sind, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren, miteinander im Krieg, weil Russland die Ukraine überfallen hat. Deutschland und Russland sind nicht miteinander im Krieg. Deswegen kann Deutschland nicht in Russland Munitionsdepots sprengen. Also ein paar Sachen irgendwie gerne vielleicht mal klarziehen. Es steht immer sozusagen diese Behauptung im Raum und das ist auch das Problem, das ich habe mit dem Narrativ sozusagen aus dem deutschen Kanzleramt. Es steht diese Erzählung im Raum, da sind Bundeswehrsoldaten nötig, um das zu programmieren. Das ist mittlerweile vielfach widerlegt. Und jeder, mit dem du darüber sprichst, ich bin nicht der Experte dafür. Aber wenn man mit Menschen spricht, die sich damit auskennen, die sagen, pass auf, die Bundeswehr ist dafür gar nicht nötig, denn das macht im Zweifel die Firma, die bayerische Firma, die die Taurus herstellt, selbst. Die machen das. Darüber wird auch ausführlich diskutiert. Das ist nicht so eine ganz einfache Frage. Also die diskutieren da ziemlich lange und ausgiebig drüber, wer das machen muss und ob die Luftwaffe das jetzt macht oder ob die Herstellerfirma das machen kann und was können die Briten vor Ort machen und so weiter. Also das ist ein großes und man muss sagen, nicht restlos geklärtes Thema. Entscheidend ist aber nochmal, was ich vorhin sage, wenn die Briten das am Ende machen, es ist ebenfalls ein NATO-Land, das einen Angriff auf russisches Territorium verübt. Das macht die Sache nicht besser. Das ist mir völlig egal, ob das die Bundeswehr macht oder ob es die Royal Air Force oder wen auch immer die Briten da vor Ort haben macht. Also ganz grundsätzlich, ich habe mit vielen Leuten dieser Tage gesprochen, die sich damit auskennen. Die sagen, es ist nicht so, dass die Bundeswehr dafür nötig ist, um das zu programmieren und deswegen sind auch nicht die Briten dafür nötig, um das zu programmieren. Das können die einfach schlicht und ergreifend selber machen. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, da wird eine Information in die Welt gesetzt und etwas sozusagen dementiert, was niemand jemals behauptet hat. Es geht nicht nur um das Programmieren. Es geht auch darum, wie man die, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin ja kein Militärexperte, du kannst mich da gerne belehren, aber es gibt wohl zwei Flugzeugtypen, mit denen man das irgendwie koppeln kann und um diese Fragen wird da sehr lange geredet. Es geht nicht nur um die Programmierung. Ich will nochmal festhalten, die Aussage für Taurus braucht es deutsche Soldaten in der Ukraine ist falsch. Die Aussage des Bundeskanzlers ist durch Lieferung von Taurus-Raketen verstricken wir uns deutlich tiefer in den Krieg und wir liefern Waffen, die auf russisches Territorium abgeschossen werden, weil Taurus-Raketen mit geringer Reichweite keinen Sinn machen, ist richtig. Deswegen mag der Bundeskanzler sich... Warum machen Taurus-Raketen mit geringer Reichweite keinen Sinn? Erklär mir das einmal. Ja, das kann ich dir sagen, weil das Interessante ist und das fand ich eben so spannend daran, dass sich die Luftwaffe oder beziehungsweise der Chef der Luftwaffe hier und die entsprechenden hochrangigen Militärs, die mit der Sache beschäftigt sind, sich in diesem Gespräch zur Briefing von Minister Pistorius ausnahmslos darüber unterhalten haben, wie man den Taurus gegen Ziele wie die Krimbrücke oder wie die Munitionstipos in Russland einsetzt, beschäftigen und mit nichts anderem. Es geht ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber geredet, Richard, es geht ja in diesem ganzen Ding, dreht sich alles um diese Kärtschbrücke, um die Brücke auf die Krim, diese große Brücke, die jetzt auch gerade wieder angegriffen worden ist und es geht um die Frage, können wir die so empfindlich treffen, dass ein entscheidender logistischer Weg für die Russen verschlossen ist. Das heißt, die Ukrainer haben ein gigantisches Interesse daran, diese Krimbrücke zu zerstören. Ja, das ist der Punkt. Der zweite Grund, warum die Taurus unbedingt wollen, ist, sie wollen auf dem Schwarzen Meer diesen Korridor weiter offen halten, über den sie Weizen transportieren. Für die Ukraine überlebenswichtig und da erzielen die gerade ganz erstaunliche Erfolge, weil du vorhin gerade sagtest, die Franzosen sind sozusagen Maulhelden und tun da eigentlich nichts. Naja, es sind die Skalp-Raketen unter anderem, die Marschflugkörper, mit denen die Ukrainer gerade dafür sorgen, dass sie haben, glaube ich, 25 Kriegsschiffe der Russen mittlerweile versenkt. Auch mit Hilfe von Drohnen, aber eben auch mit Hilfe von Marschflugkörpern haben auf der Krim diese Militärbasis der Russen ganz empfindlich getroffen und eigentlich zerstört. Das heißt, die sind da sehr erfolgreich und wenn man sich mal anschaut, schon erstaunlich, dass ein Land wie die Ukraine, die hatten, glaube ich, ein einziges Kriegsschiff und das haben sie aus Sorge davor, dass die Russen es einfach auch noch übernehmen, in den ersten Kriegstagen selber versenkt. Das heißt, es gibt quasi keine ukrainische Marine und trotzdem haben die es geschafft und das ist spektakulär, finde ich, die Hoheit über das Schwarze Meer zu gewinnen. Die haben die Russen da quasi rausgeschmissen. Die Russen ziehen sich immer weiter zurück, versuchen ihre Marine da irgendwie wegzuschaffen, haben auch das Problem, weil Erdogan keine Kriegsschiffe durch die Meerenge reinlässt am Bosporus, haben das Problem, dass sie auch keinen Nachschub da reinkriegen können. Das heißt, wenn die Ukrainer es schaffen, diese russische Marine empfindlich zu treffen, rund um die Krim, Sevastopol und andere Orte, dann ist das etwas, was den Ukrainern sehr hilft, weil es diese russische Logistik zerstört. Und bei Taurus geht es, also neben der Frage der Marine, geht es auch um diese Kärtschbrücke. Aber die Frage der Marine ist von den Bundeswehroffizieren überhaupt nicht erörtert worden. Nein, aber ich sage dir das. Aber um die Minister zu briefen, schien das etwas zu sein, was gar keine Rolle spielte. Naja, die reden ja über vieles und dämlich genug, dass man sich dabei abhören lässt. Das ist alles hochnotpeinlich und das muss auch irgendwie aufgeklärt werden. Aber worüber die dann im Einzelnen reden, das ist ja nicht unser Thema. Die wollten Boris Pistorius klar machen, wenn man den Taurus einsetzt, woran man dann denken muss. Also was spielt technische Rolle? Genau, und das ist ihr Job. Und wie kann man verhindern, dass die Bundeswehr dann direkter Kriegsbeteiligter wird? Ich würde nur einmal gerne das Argument zu Ende machen, Richard. Wenn man sagt, okay, jetzt haben die darüber gesprochen, worüber haben die geredet? Sie reden über die Frage der Kärtschbrücke. Das ist das ganze Ding, was sich alles dreht. Und über Munitionsdepots. Sie reden über Munitionsdepots. Sie reden in der Folge auch darüber, dass man Munitionsdepots, die sind groß, das ist ein großes Angriffsziel, ein großer Angriffskörper, wenn man so will. Das ist relativ leicht zu programmieren und sie reden auch darüber, das könnten die Ukrainer relativ schnell selber lernen, weil die sehr gute IT-Leute auch in ihren eigenen Reihen haben und überhaupt die ganze IT-Szene in der Ukraine eine sehr, sehr... Sie sagen sogar, dass sie das nicht selber machen können, weil ihre Karten nicht gut genug sind. Sie gehen davon aus, dass die Ukrainer eben deutlich bessere Karten haben, dass sie die auch wirklich besser treffen und dass sie auch genauer wissen, wo die russische Luftabwehr ist. So, genau. Das heißt, das ist das eine. Und dann geht es um die Frage Kerzbrücke. Das ist natürlich komplizierter zu programmieren, weil da musst du auf den Meter genau im Grunde diesen entscheidenden Stützpfeiler dieser großen Brücke treffen, wenn du die wirklich empfindlich zerstörst. Genau, und die muss auch noch so treffen, dass, wie das in dem Audio heißt, dass da nicht nur ein Loch drin ist, sondern dass sie da tatsächlich einstürzt. Und das ist offensichtlich überhaupt nicht leicht. Genau, und das ist sozusagen die technische Finesse von Taurus, muss man vielleicht einmal kurz erklären. Ja, das ist anders als Storm Shadow, das ist der Marschflugkörper der Briten, oder Sculp, das ist der Marschflugkörper der Franzosen, die dort auch im Einsatz sind, sind baugleich, haben nur verschiedene Namen, aber die können etwas nicht, was Taurus kann. Taurus ist bunkerbrechend. Das heißt, das Ding schlägt ein mit der ersten Explosion und du kannst sogar programmieren, wie tief soll das erstmal in das Objekt, das da angeflogen wird, reingehen. Das kannst du programmieren. Und dann, wenn es dort an Ort und Stelle ist, im Inneren sozusagen des Zielobjekts, kommt die eigentliche, die entscheidende, die katastrophale Explosion. Und dann fliegt dieses ganze Ding in die Luft. Das ist bunkerbrechend und das ist sozusagen die technische Finesse von Taurus. Und deswegen ist Taurus so wichtig und immer zu sagen, naja, also das haben wir immer gesagt, da kommt jetzt die nächste Waffe und die wird dann die entscheidende Wende bringen. Ich finde ehrlich gesagt, das ist ein lausiges Argument. Also umgekehrt wird dir leider auch kein Schuh draus. Also zu sagen, wir liefern einfach gar nichts und dann geht das trotzdem irgendwie weiter. Ich habe Angst davor, dass wir uns immer, immer tiefer verstricken. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich über einen Bundeskanzler bin, der sich denkt, wo soll das Ganze enden? Er hat schon so viele rote Linien definiert, die er dann alle doch selbst überschritten hat, unter anderem durch einen gewaltigen Druck, den die Medien auf ihn gemacht haben. Und ich persönlich will nicht glauben, wenn die Oppositionspolitiker wie Friedrich Merz oder jetzt auch Herr Söder sagen, sie würden Taurus liefern. Ich glaube niemals, ich will das nicht glauben, dass sie das täten, wenn sie Kanzler wären. Also ich finde, das ist einfach ein Versuch der Opposition da irgendwie zu punkten und ich muss sagen, ein schlechter Versuch. 58 Prozent der befragten Deutschen sind gegen die Lieferung von Taurus. Nur 28 Prozent sind wirklich dafür. Das heißt für mich, dass Olaf Scholz mit seiner Entscheidung, keine Taurus-Raketen oder Marschflugkörper zu liefern, dass er damit genau das Gleiche denkt, was auch die Mehrheit der Bevölkerung denkt. Was mich interessiert daran, und das ist meine Frage an dich, Markus, warum denken die Journalisten so anders als Olaf Scholz und die Bevölkerung? Wenn ich jetzt lese und gucke und auch wenn ich Talkshows verfolge, dann haben wir so eine journalistische breite Meinung, mit wenigen Ausnahmen abgesehen, für die Lieferung von Taurus, in einem sehr großen Gegensatz zur Bevölkerungsmeinung und auch offensichtlich sich der Gefahr, nicht bewusst zu sein, über die wir hier ausführlich geredet haben, nämlich, dass wir einen ganz entscheidenden Schritt stärker in diesen Krieg reinschlittern. Wie kann das sein? Also erstmal, Richard, ich würde gerne auf eins nach dem anderen eingehen. Erstmal verstehe ich nicht, warum wir immer tiefer in diesen Krieg reinschlittern. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Wenn du dich in ein Leo setzt, kannst du auch einfach entspannt über die Grenze nach Russland fahren und den Rostof am Gaumen aufkreuzen. Ein Ukrainer macht das. Du glaubst nach wie vor, dass alles was den Taurus anbelangt, da müssen wir gar nichts anderes machen. Die Firma programmiert das und dann schicken wir das dahin und dann ist das einfach nur eine weitere Waffe, die die haben und die können die dann gegen Russland abschließen. Nicht leichtfertig. Mein Punkt ist und meine simple Frage ist, haben wir irgendeine Wahl? Haben wir irgendeine Wahl? Das klingt die ganze Zeit so und du zitierst Umfragen. Ich habe ein riesiges Problem damit. Das passiert in diesem Land ja eigentlich nur noch. Ist auch in den letzten 16 Jahren schon immer so passiert. Wir regieren nur noch nach Umfragen. Nee, tun wir gerade nicht. Tun wir gerade nicht. Niemand fragt. Nein, in der ganzen Frage von der Waffenlieferung von Anfang bis Ende, wurden zwar immer wieder Umfragen gemacht, aber den Journalisten in Deutschland sind Umfragen völlig egal. Also da geht es gar nicht darum. Ist ja nicht unser Job auf Umfragen zu gucken. Habe ich auch nicht gesagt. Aber wir haben einen großen Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Und den haben wir, was diesen Krieg anbelangt, in vielen Fragen. Ja, weil die veröffentlichte Meinung sich meistens sehr einig ist und weil sie bislang für jede Form von Waffenlieferung gewesen ist. Es ist ein riesiger, auffälliger Unterschied. Und das fällt doch auch den Wählern auf. Das fällt doch auch den Leuten auf. Also zwei Sachen dazu. Erstmal will ich nochmal klarziehen. Die Aussage, und das wird ja ständig insinuiert, für Taurus braucht es irgendwie die deutsche Bundeswehr in der Ukraine oder sonst wo. Die ist so falsch. Da muss man nun mal mit dem Hersteller nachfragen. Da muss man mit Verteidigungsexperten reden, die sagen dir, das ist so nicht richtig. Man könnte ja ehrlich sein und sagen, pass auf, wir haben kein Vertrauen in die Ukraine. Und deshalb wollen wir das lieber mit unseren eigenen Leuten machen. Wir wollen die Kontrolle behalten. Könnte man sagen. Macht man aber nicht. Ja, das ist eigentlich das, was da wirklich dahinter ist. Man hat Angst, dass die Ukrainer irgendwann, wenn die Lage verzweifelt genug ist, sagen, okay, und jetzt programmieren wir das Ding auf 500 Kilometer und dann fliegt es direkt bis auf den Roten Platz. Da sagen dir wiederum Militärexperten, es gibt diese Idee des sogenannten Geofencing, ja, the fence, der Zaun und Geografie. Du kannst hingehen und kannst das eingrenzen. Du kannst dafür sorgen, von vorne herein machen die Amerikaner auch mit ihren Systemen, dass das Ding nur in einem ganz bestimmten Radius fliegt. Du kannst sogar sagen, das fliegt nur in der Ukraine. Ja, und ich finde es ehrlich gesagt politisch infam, den Ukrainern zu unterstellen, sie würden den Taurus dafür missbrauchen. Ja, das hat ja keiner laut gesagt bisher, oder? Nein. Das ist ja jetzt seine Unterstellung, dass das gedacht wird. Ja, aber ich glaube, dass diese Unterstellung nicht ganz falsch ist. Und wenn es um Geodaten geht, ja, Geodaten sind völlig harmlos. Das ist einfach nur eine Landkarte, ja, und deswegen ist diese, diese Aussage rechtlich auch im Grunde ganz, ganz schwach. So, kann es sein, dass Olaf Scholz möglicherweise ein ganz anderes Motiv im Kopf hat. Kann es sein, dass er sagt, pass auf, irgendwann müssen wir Verhandlungen mit Russland führen. Vielleicht hat er im Kopf, dass er sagt, irgendwann brauchen wir Russland wieder für die europäische Sicherheit. Kann sein. Ja, kann sein. Und wenn man das alles im Kopf hat, dann ist es natürlich sozusagen nicht so richtig opportun, über diese Grenze zu gehen, von der du jetzt schon mehrfach gesprochen hast, weil dann das Tischtuch endgültig zerstritten ist. Aber ist das denn so verkehrt, das, was du gerade gesagt hast, dass er auch das danach im Hinterkopf haben muss? Sich also zu sagen, wenn wir das noch machen und dann überlegen, was kommt dann nach dem Taurus und so weiter und dass wir irgendwie aus dieser militärischen Eskalationsspirale raus müssen und wieder zurück müssen in eine Perspektive, wo es irgendwie möglich wird, wieder zum Frieden zu kommen. Richard, sorry, das kann man so nicht sagen. Wir müssen aus der Logik des Krieges raus. Russland muss aus der Logik des Krieges raus. Es ist Russland, das uns die Logik des Krieges aufzwängt. Doch nicht wir denen. Wir reagieren auf eine Logik, die uns aufgezwängt wird. Wir diskutieren nicht darüber, dass Russland diesen Krieg begonnen hat. Wir diskutieren nicht darüber, dass Russland völkerrechtwidrig die Ukraine angegriffen hat. Wir reden nicht darüber, dass das ein ganz gigantisches Unrecht ist, was hier geschieht. In dem Punkt sind wir uns völlig einig, sondern wir reden darüber, wie man in der Situation Schadensbegrenzung machen kann. Schadensbegrenzung A, indem wir militärisch immer tiefer da reingehen. Der Krieg dauert immer länger, es wird immer mehr zerstört, das Zischzug wird immer weiter zerschnitten, irreparabel vielleicht für lange Zeit. Oder Möglichkeit B, wir versuchen im Rahmen des Möglichen, und das ist ja Politik, im Rahmen des Möglichen, egal wie denkbar schlecht die Ausgangslage ist, irgendwie dazu zu kommen, dass das Ganze nicht weiter eskaliert. Das sind doch die beiden Überlegungen, die im Raum stehen. Und es geht hier auch nicht um Recht und Unrecht mehr in dieser Frage, sondern es geht um die Begrenzung des Schadens und auch sowohl des kurzfristigen Schadens, das sind all die Menschen, die da noch sterben in diesem Krieg, wie des langfristigen Schadens. Ich will mir nicht vorstellen, dass wir jetzt 20 oder 30 Jahre gegeneinander weiter, wenn irgendwann in der Ukraine der Krieg zu Ende ist, aufrüsten und hunderte von Milliarden in die Rüstung investieren, die uns an allen Ecken und Enden fehlen. Und das auch noch in einer Zeit, in der wir eine wirtschaftliche Rezession vor der Haustür haben und in einer Zeit, in der wir vor großen gesellschaftlichen Unruhen stehen. Wir können ja nicht zurück in den Kalten Krieg. Wir leben heute in einer ganz anderen Gesellschaft als die Gesellschaft zu Zeiten des Kalten Krieges. Und dass man sich da als Kanzler die Überlegung macht, irgendwann und irgendwo müssen wir aus der Logik des Militärs ausbrechen und uns überlegen, wie können wir denn irgendwann mal wieder zu einer friedlichen Weltordnung zurückkehren, dass das eine große Rolle spielt, wenn man die Verantwortung für Deutschland trägt. Da kann ich sagen, ich bin nur froh, dass Olaf Scholz diese Entscheidung so getroffen hat und ich will glauben, dass auch die führenden Oppositionspolitiker die gleiche Entscheidung treffen würden, wenn sie nicht in der Opposition wären, sondern auf der Regierungsbank. Nochmal diese Eskalation, ich würde gar nicht so weit zurückgehen und sagen, Putin hat diesen Krieg begonnen und so weiter, da drehen wir uns im Kreis, haben wir auch schon oft besprochen. Nein, die Eskalation, auch die weitere Eskalation geht von Russland aus. Ich meine, guck dir doch an, was da gerade in Transnistrien passiert. Guck dir doch an, wir kopieren im Konflikt Moldawien und Transnistrien das gleiche Muster wie in der Ukraine wieder auf. Das ist doch das Fatale und das haben wir doch schon sauber rausgearbeitet. Also je mehr der Westen Moldau militärisch unterstützt, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit eines Krieges. Passiert genau das Gleiche, was in der Ukraine auch passiert ist. Nochmal, haben wir eine Wahl, Richard? Haben wir eine Wahl, wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der sein ganzes Land komplett auf Kriegswirtschaft umgestellt hat? Ja, ist doch klar, dass ich meine, ein Land, das seit zwei Jahren einen solchen Krieg führt, dass das sein Land auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, dürfte uns nicht wundern und wir diskutieren ja auch mehr und mehr darüber, inwiefern wir uns auf Kriegswirtschaft umstellen sollten. Und das alles noch unter den Voraussetzungen, dass wir offiziell mit Russland ja noch nicht mal im Krieg sind und dass wir von Russland auch nicht angegriffen worden sind und dass wir auch nicht belauscht haben, dass russische Generäle planen, Anschläge auf deutschem Territorium zu begehen. Also ich habe das Gefühl, Russland hat sozusagen einen langfristigen Plan, die haben genau verstanden, was sie machen müssen, die haben im letzten Jahr eine halbe Million Menschen in die Rüstungsindustrie reingebracht, zusätzlich, die zahlen den Leuten gutes Geld dafür, das ist auch der Faktor, der gerade die russische Ökonomie ganz, ganz maßgeblich treibt, und deswegen sind die auch so resilient, wenn man sich die Daten anguckt, beispielsweise gegenüber den Sanktionen, die haben das alles erstaunlich gut auf die Reihe gekriegt, die russische Ökonomie ist komplett auf Kriegswirtschaft umgestellt, nicht ganz vollständig, aber in weiten Teilen und gleichzeitig gelingt es ihnen, die Kosten für die Gesellschaft sozusagen in einem gewissen Rahmen zu halten, die schaffen Leute aus dem Knast raus und schicken sie dann da irgendwie an die Front, bisher musste niemand in Moskau oder in Petersburg in den großen Metropolen an diese Front ziehen, das heißt sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch stecken die das ziemlich gut weg. Genau, weißt du welches Fazit ich daraus ziehe, weil wir ja auch zum Ende kommen müssen? Wir haben damals im Kalten Krieg durch das Wettrüsten Russland in die Knie gezwungen, die kommunistischen Staaten, allen voran die Sowjetunion, konnte sich diesen mörderischen Rüstungswettbewerb mit dem Westen nicht leisten, die sind ökonomisch daran zerbrochen. Sicherlich nicht nur daran, aber das war auch die Strategie, ich erinnere mich an Reagan, der damals gesagt hat, wir werden sie in einen Rüstungswettkampf verwickeln, dem sie nicht mehr gewachsen sein werden. Das war auch so. Das Land hat darunter enorm gelitten und ist zerbrochen. Wenn es jetzt wieder zu einem Rüstungswettkampf kommt und guck dir die Instabilität der westlichen Gesellschaften zum gegenwärtigen Zeitpunkt an, überleg mir, was man damit machen muss, wo man überall die Steuern erhöhen muss, wo kein Geld da ist für unser marodes Rentensystem, Gesundheitssystem, kein Geld für die Bildung da ist und so weiter, dann ist die Gefahr groß, dass wir diejenigen sein werden. Wir mögen ja wirtschaftlich haushoch überlegen sein, aber freie, liberale Demokratien sind halt sehr viel fragiler als quasi diktatorische Systeme wie Russland. und ich möchte gar nicht erst, dass wir diesen Versuch machen, herauszufinden, ob das so sein wird oder nicht so sein wird, sondern ich möchte, dass wir alle Anstrengungen darauf renden, diesen Konflikt als erstes jetzt erstmal maßgeblich zu entschärfen und Deutschland wird ja leider inzwischen nicht mehr als eigenständige politische Größe wahrgenommen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, die berühmte Rede von Olaf Scholz vor leeren Rängen in der UN-Generalversammlung und das andere eben auch, dass sowohl die Ukrainer wie die Russen sich in diesem Friedensvertrag damals darauf verständigt haben, dass Deutschland hier gar keine Rolle spielen soll. Das sollte uns auch zu denken geben und ich finde, wir sollten wieder in eine Zeit wie von Merkel oder Schröder zurück, wo wir als eigenständige politische Größe wahrgenommen werden und das können wir eigentlich nur dadurch, dass wir uns nicht nur an Kriegsprozessen, sondern eben auch an Friedensprozessen maßgeblicher wieder beteiligen. Wir sind da völlig raus und ich würde mich freuen, wenn das von unserer Regierung ausgehen würde. Naja, wir haben Leute unglaublich vor den Kopf gestoßen, wir haben jemanden wie Macron komplett vor den Kopf gestoßen, wir haben die Briten vor den Kopf gestoßen, es gibt eine riesige Diskussion in England darüber, was eigentlich an den deutschen Kanzler reitet, öffentlich zu machen, dass britische Soldaten in der Ukraine auf ukrainischem Territorium sind. Das hat nicht Scholz öffentlich gemacht, sondern das haben die hochrangigen Bundeswehroffiziere in ihrem Gespräch gesagt. Scholz hat nichts anderes getan, als zu bestätigen, was seine Militärs vorher schon in dem belauschten Gespräch gesagt haben. Also die Katze war aus dem Sack. Hat trotzdem nochmal ein anderes Gewicht, Richard, und das kann man ehrlich gesagt so nicht machen. Ich gucke dir nur die Debatte in England an, wir sind fassungslos darüber, es war keine gute Woche für Europa und ich sage mal mit Blick auf Macron, das ist ja kein dummer Mensch, wenn der in einer vertraulichen Runde mit, ich glaube 20 Regierungschefs, Scholz war auch dabei, im Élysée-Palast darüber redet, dass wir auch über den Einsatz von Boten-Truppen möglicherweise nachdenken müssen und sich dann hinterher vor die Presse stellt und das nochmal ganz öffentlich und ganz klar sagt, was denkt er sich dann dabei? Könnte es sein, dass er vielleicht was ganz anderes im Kopf hat? Könnte es sein, dass er sagt, Abschreckung lebt sozusagen vom Prinzip der strategischen Ambiguität, Abschreckung ist quasi wie ein Pokerspiel. Also ich verstehe den Gedanken dahinter, man treibt den Preis hoch dadurch. Man lässt sich nicht in die Karten schauen und hält sich alle Möglichkeiten prinzipiell offen, damit der Gegner dich niemals ausrechnen kann. Ich verstehe die Taktik. Das heißt, er sendet eine Botschaft, die ist schief gegangen und dann kommt der deutsche Bundeskanzler und sendet auch eine Botschaft. Macron sendet eine Botschaft der Stärke, ist jetzt in die Binsen gegangen. Scholz sendet eine Botschaft der Schwäche und sagt, auf gar keinen Fall machen wir das und der Kreml nimmt das dankbar auf und sagt, guck mal, die Deutschen, die werden jetzt Kriegspartei. Die Generäle denken darüber nach, Kriegspartei zu werden. Der Kanzler denkt darüber nach, an welchem Punkt wir Kriegspartei werden und so weiter. Deutschland ist Kriegspartei. Die russische Propaganda nimmt das, verdreht es sofort um 180 Grad. Das ist eine absolute Botschaft der Schwäche. Und ein letzter Gedanke noch, Richard, darüber haben wir jetzt leider noch nicht geredet, aber ich würde es gerne noch mal kurz anbringen. Mein schlimmer Verdacht ist, ganz zum Schluss nur formuliert, könnte es sein, dass der Wahlkampf begonnen hat? Könnte es sein, dass die Umfragewerte der SPD, diese katastrophalen Umwerte, eine direkte Verbindung haben zu dem, was wir da gerade erleben? Dass man sich anschaut, was hat Gerhard Schröder damals gemacht, der Deutschland aus dem Irak-Krieg herausgehalten hat und sagt, okay, es war damals erfolgreich und das machen wir jetzt so noch mal und wenden sozusagen das Image, das Bild des Zauderers, des Zögerers Scholz, wenden es auf eine Art und Weise, dass wir sagen, jetzt machen wir den Mann zum Friedenskanzler. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Im Gegensatz zu heute, und deswegen komme ich noch mal auf den Punkt zurück, Richard, die Amerikaner haben damals Schröder um Unterstützung gebeten und er hat sie abgelehnt. Sie haben ihn aktiv darum gebeten. In dem Fall ist es so, dass Olaf Scholz etwas ausschließt, worum niemand gebeten hat. Niemand hat gesagt, deutsche Bundeswehrsoldaten müssen in die Ukraine. Er dementiert etwas, was niemand gefordert hat. Und ich sage mal, mit Blick auf gerade die ostdeutschen Landtagswahlen, wo das auch ein bisschen anders diskutiert wird, wie du weißt, wo man sagt, mit den Russen müssen wir ein anderes Verhältnis haben. Viele Ostdeutsche schauen ganz anders auf diesen Krieg als der sogenannte Westen, das meine ich jetzt ganz global gesehen. Und kann es sein, dass man die auch im Blick hat und sagt, okay, jetzt lass uns das jetzt mal so machen, damit wir dort uns als Friedenspartei, als Friedenskanzler auch inszenieren können und die Leute sagen, guck mal, das ist unser Mann und deswegen geben wir den unsere Stimme. Könnte es sein, dass es da einen kleinen Zusammenhang gibt? Also meine Meinung dazu ist, das ist Quatsch. Ich glaube, das geht um etwas viel zu Großes. Es geht darum, dass wir, wenn wir tatsächlich Bodentruppen dahin schicken, sind wir die unmittelbare direkte Kriegspartei. Das ist ein gefährliches Spiel, weil das ist nun wirklich der letzte Schritt, der letzte Schritt, den man braucht in den Dritten Weltkrieg. Und was Macron anbelangt, also wenn man sagt, wir pokern, ja, und deswegen halten wir uns alle Optionen offen, dann spricht man das vorher mit allen seinen Verbündeten durch und dann pokert man gemeinsam. Dann geht man aber nicht alleine hin, ja, und noch als das Land, das wie gesagt, also mit die geringste Unterstützung neben Italien innerhalb der europäischen, größeren europäischen Länder für die Ukraine leistet und macht da so einen kleinen Alleingang und geht da mal so vorwitzig mit einer so gefährlichen These in den Raum. Das ist kein Pokerspiel gewesen, ja, sondern das ist ein unfaires Spiel gegenüber den anderen gewesen. Er hat sich ja noch über Scholz lustig gemacht auch dazu. Und dass der Kanzler dann, deutsch-französische Verhältnis ist extremst schlecht, dass der Kanzler dann hingeht und sagt, diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. A, ich versichere den Deutschen, ja, weil das eine ganz wichtige Botschaft ist, keine Truppen dahin, ja, und B, sage ich mal, Macron mache ich auch klar, wir machen hier keine Alleingänge, sondern wir müssen uns in Europa miteinander abstimmen, weil das war ja nicht abgestimmt, was er da gesagt hat. Also da bin ich 100 Prozent auf Seiten von Olaf Scholz und das jetzt als billige kleine Wahlkampftaktik für sowas Unbedeutendes wie Landtagswahlen zu benutzen, das unterstellt dem Kanzler eine Abgebrühtheit. Wir haben ihn vielfach kritisiert, ich habe ihn auch oft kritisiert, aber ich finde, dass er hier seiner Verantwortung deutlich mehr gerecht wird als manche andere deutsche Politiker. Okay. Wir können es ja bei den beiden aufeinandertreffenden Meinungen lassen. Ist noch nicht zu Ende, ich kenne auch ein bisschen diesen Politikbetrieb und natürlich müssen die auch strategisch denken, auch mit Blick auf die Wahlen, das ist sozusagen keine bösartige Unterstellung, ja, und ich würde auch niemals einem deutschen Bundeskanzler unterstellen, dass er das alles leichtfertig tut, um Himmels Willen, aber ich finde, wir müssen schon irgendwie versuchen, möglichst eng an den Fakten zu bleiben und dazu gehört, eben auch, dass man sagen muss, es ist nicht ganz sauber, wenn man sozusagen der Öffentlichkeit irgendwie vermittelt, wir werden sofort Kriegspartei, wenn wir sozusagen diese Taurus liefern. So ist es einfach faktisch nicht. Das hast du ja zweimal erklärt und ich habe zweimal erklärt, warum es das letztlich doch ist. Richard, war spannend und war nicht das letzte Mal. Ich fürchte, wir müssen über dieses Thema häufig reden. Dank dir sehr. Hab einen guten Tag. Ja, du auch. Tschüss Markus. Ciao, ciao, ciao. Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF. Das ist eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei M hoch 3 und Podstars bei M hoch 3 und Podstars bei M hoch 3